Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Das heutige Video entsteht in Zusammenarbeit mit SPARK7, denn die haben ein Angebot, dass man bei Eröffnung eines Jugendkontos 20 Euro geschenkt bekommt. Und ich zeige euch heute, wie ich mir mit 20 Euro einen coolen Tag in Wien mache. Und dabei begleitet mich der Dias. Hallo! So, wir sind beim Camelita Markt und wir suchen uns da jetzt mal was zu essen. Musik Eine kleine Stärkung und dann gehts gleich weiter. Und dann schauen wir mal was wir als nächstes machen. Mächtet auf jeden Fall gut. Ich hätte gern ein... Das ist da. Kommt noch was dazu? Nein, da kann es was. Ein Ziege. Ah, es ist gekommen bei der Fall. Das ist da. Das ist da. Erstmal ein Eis. Du hast Holunderblüte und was? Himbeer. Ich habe Toppen Erdbeer und Johannisbeer. Nächte aber gut. Perfekt. Bei dem Wetter auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. So, wir sind jetzt bei der Bootsverleihung. Wir gehen jetzt Drehboot fahren. Für 7 Euro pro Person. Lass uns fahren. Hallo. Wir hätten gerne ein Drehboot. Jetzt haben wir so einen Drehboot. Ein Auslöswerte Einsatz bitte. Hallo. Hallo. Ein Drehboot. Ich fahr zum ersten Mal Drehboot, glaube ich. Ich auch. Wie lenkt man? Ich glaube da, oder? Ja. Ich fahr zum ersten Mal. Ich fahr zum ersten Mal. Ich fahr zum ersten Mal. Eine halbe Stunde. So wie wir gerade erfahren haben, beziehungsweise bei den Zahlen gemerkt haben, es sind nur 4 Euro pro Person, weil wir nur eine halbe Stunde gefahren sind. Und die halbe Stunde hat sich auch richtig gelohnt eigentlich. Das heißt, wir können uns jetzt irgendwo was Cooles zu trinken holen oder so. Perfekt. Mit so viel zu Wasser kaufen. So, wir sind beim Haus des Meeres angekommen und die haben ein Angebot, soweit ich weiß. Das heißt, man kann für 5 Euro außen rauf und die Aussicht genießen, ohne dass man ins Café muss. Weil das kostet mehr. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt einmal an, weil die Aussicht ist echt ein Traum. Hallo. Hallo. Ja, das ist ja ein Angebot, dass man nur außen auf dem Dom rauf gehen kann, oder? Für 5 Euro. Genau, ja. Aber du willst ihn eigentlich schon. Okay, aber das geht jetzt noch. Fast, dann würde ich das gerne machen. Hallo. Dankeschön. Hallo. Das war so anstrengend. Aber das hat sich echt gelohnt. Wenn ich mir nicht glaubt, dann schau ich selber. Nach dem ganzen Tag habe ich jetzt noch 4 Euro über. Und wenn ich da jetzt noch ein bisschen was drauflege, dann könnte ich natürlich noch ins Kino gehen. Denn am Montag ist in Wien das Kino verbilligt. 5 Euro. So, das war mein Video des Tages. 20 Euro ein Tag in Wien. Hat sich gelohnt. Hat sich so mega gelohnt. Es hat so Spaß gemacht, auch wenn einige Verletzungen aufgekommen sind. Es war super. Wir haben so viel gemacht mit nur 20 Euro. Wir haben ganz Wien jetzt hinter uns, über uns, neben uns. Das war die Mini-Tour durch Wien. Für eine echte Longboat-Tour muss noch ein bisschen laufen. Wenn wir eine Longboat-Tour machen wollen, brauche ich definitiv mehr Ausdauer und darf nicht hinfallen. Aber ja, ansonsten war das ein mega cooler Tag. Nochmal danke an Spark7 für die Unterstützung. Und mehr Infos dazu findet ihr in der Beschreibung. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ciao. War ein nicer Tag. War ein nicer Tag. Gerne wieder. 20 Euro. Jeder ist dabei. Haut rein. Ciao.